Auch wenn der Sub keine neuen Bücher braucht, er bekommt sie dennoch obendrauf. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute, wie bereits in meinem Intro ein wenig verraten, meine neuen Bücher vorstellen und zwar aus den Monaten November, Oktober, November und dem Dezember. Ich vermute mal, dass im Dezember jetzt keine neuen Bücher mehr dazukommen. Wenn dem dennoch so ist, dann werde ich sie euch einfach in dem danach folgenden Video vorstellen. Da es sich um eine größere Anzahl von Büchern handelt, um in Zahlen zu sprechen, insgesamt zwölf Stück, lege ich auch direkt los, damit wir keine Zeit verlieren. Beginnen möchte ich mit dem größten und schwersten Buch. Und zwar handelt es sich hier um ein Sachbuch und zwar von Im Schatten von Auschwitz, Spurensuche in Polen, Belarus und der Ukraine, Begegnen, Erinnern, Lernen, herausgegeben von Martin Langebach und Hanna Liefer. Also gesehen habe ich dieses Werk auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja doch meiner Meinung nach relativ häufig sehr, sehr gute Themen in ihren Büchern herausgeben. Genauso wie das, was mich sehr interessiert hat und ich beschäftige mich ja doch sehr häufig mit diesem Thema. Und aus diesem Grund konnte ich einfach nicht an diesem Buch vorbeigehen bzw. es musste schnell in meinen Warenkorb landen. Wer es wie der Titel ja bereits andeutet, geht es hier um andere Konzentrationslager neben Auschwitz. Ja, weiter kann ich gar nicht sagen, um was es hier sich dreht, wie tief in das Thema eingestiegen wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. In der Regel bleibt es nicht bei einem Buch, welches ich bestelle, wenn ich schon einmal bestelle. Und zwar durfte dann bei der Bundeszentrale für politische Bildung noch ein weiteres Werk bei mir einziehen. Und zwar handelt es sich um den Titel Und was hat das mit mir zu tun von Sascha Bethany, wenn man ihn so ausspricht. Ja, hier geht es auch quasi um die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Viel mehr kann ich euch auch gar nicht sagen. Ich weiß, ich hatte es mir schon mal aus der Bibliothek ausgeliehen. Da bin ich aber leider nicht dazu gekommen und habe es hier nochmal sehr günstig gesehen. Und deswegen durfte es nochmal bei mir einziehen. Um bei dem Thema des Nationalsozialismus bzw. deren Verbrechen zu bleiben, möchte ich euch noch das dritte Werk vorstellen, welches sich mit dem Thema beschäftigt. Und zwar habe ich dieses Buch auch bereits schon in die Kamera gehalten. Und zwar handelt es sich hier um das Tagebuch der Anne Frank und zwar in einem... Und wenn ich es dann gelesen habe, dann gebe ich euch sehr, sehr gerne Rückmeldung, wie es mir gefallen hat. Und als nächstes kommt ebenfalls ein Werk, was ich bereits in die Kamera gehalten habe und ich vermutlich dieses Jahr leider nicht mehr schaffen werde zu lesen. Und zwar spreche ich von Nichts als die Nacht von John Williams aus dem DTV Verlag. Ich bin schon wahnsinnig gespannt auf dieses Werk und mir juckt es eigentlich sehr in den Fingern, dieses Werk zu lesen. Aber irgendwie bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, weil mein aktuelles Buch mich doch etwas länger beschäftigt. Genau. Da ich bereits das Werk Menschenkind von Toni Morrison gelesen hatte, konnte ich an dem Werk Gott hilft dem Kind, auch ebenfalls aus dem Robert Verlag von Toni Morrison, nicht dran vorbeigehen. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Thema. Toni Morrison behandelt ja in der Regel in ihren Büchern das Thema Rassismus. Ein weiteres Thema, was mich doch durchaus literarisch sehr häufig begleitet und ich auch mich mit dem Thema durchaus oft auseinandersetze, konnte ich an diesem Werk nicht dran vorbeigehen, vor allen Dingen, weil es einen sehr schmalen Eindruck macht. Als nächstes habe ich in diesen drei Monaten eine Rebuy-Bestahlung aufgegeben und diese vier Werke sind ja in einem, ja denke ich, noch lesenswerten Zustand. Sie haben ihre Macken, aber mich stört das ehrlich gesagt nicht so. Ja, bei den beiden ersten Büchern hat mich die liebe Caro vom Kanal Caros Bücher ja ein wenig mit der Lust auf diese Bücher angesteckt, beziehungsweise hatte ich schon immer diesen Gedanken, mit dieser Reihe zu beginnen. Aber ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt, weil sie ja jetzt nun doch schon 26 Bücher haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, und zwar rede ich von der Reihe des Kommissars Brunetti. Und zwar haben wir hier den ersten Fall für ein venezialisches Finale von Dona Leon aus dem Diogenes Verlag, sowie Dona Leon Endstation Venedig. Ich bin schon sehr gespannt auf diese beiden Werke. Ich freue mich, ja, auf das Lesen und bin gespannt, wie mir Venedig literarisch und vor allem der Kommissar Brunetti gefallen wird. Dann ist mit in den Warenkorb gehüpft ein Werk, von dem ich bereits ja sehr oft schon im Buchhandel vorbeigelaufen bin und mir es irgendwie nie neu kaufen wollte, habe ich mich dann bei Rüber dazu entschieden, es mit in den Warenkorb zu legen. Und zwar Herr Lehmann von Sven Regener aus dem Goldman Verlag. Ja, ich denke, das Werk ist dem einen oder anderen dann doch schon bekannt. Und ich weiß gar nicht, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Ich habe nie so wirklich den Klappentext gelesen. Ich glaube, ich habe mal eine Rezension dazu gelesen oder gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und seitdem wollte ich eigentlich dieses Buch schon immer lesen und haben und hatte es auch auf meiner Wunschliste. Und dadurch, dass es sehr günstig bei Rebuy zu haben war, durfte es dann bei mir einziehen. In den gleichen Warenkorb durfte dann ein zweiter Teil noch reinhüpfen. Und damit war dann die Bestellung komplett. Und zwar handelt es sich hier um das Spiel des Engels Carlos Ruiz Safon aus dem Fischer Verlag. Ich hoffe, dass es der zweite Teil ist. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher. Und dann kommen wir schon auch schon fast zum Schluss. Die letzten drei Bücher, die ich euch jetzt gerne noch zeigen würde. Und zwar handelt es sich zum einen um ein Werk von Juli C. Und zwar Corbus Delictus. Ein Prozess aus dem BTB Verlag. Auf dieses Werk hat mich Sarah von dem Kanal Bookmarqueret aufmerksam gemacht. Und zwar bin ich hier schon sehr, sehr gespannt. Ich habe, glaube ich, ein wenig vergessen, um was es geht. Aber ich weiß noch, dass mich das Thema interessiert und dass es hier sich um eine Dystopie handelt. Ich war ja bereits von dem Werk Unterleuten sehr, sehr begeistert. Und hoffe, dass mich dieses Werk ebenfalls sehr begeistert wird. Bei dem nächsten Buch handelt es sich um einen Verlag, der schon sehr, sehr lange nicht mehr bei mir einziehen durfte. Und ich ja diesem, diesem, und ich diesem Autoren mal eigentlich wieder eine Chance geben wollte. Beziehungsweise ich ihn mal wieder für mich entdecken wollte. Und zwar handelt es sich hier um eine kleine Reklam-Ausgabe und zwar von Stefan Zweigs Angst. Ja, auf den Autoren hat mich, ja, die liebe Anne von dem Kanal Literaturlehrer mal wieder mit der Nase drauf gestupst. Und ich wollte doch gerne mal wieder was von ihm lesen, wie ich bereits gesagt habe. Und bin schon sehr gespannt auf, ja, diese kleine Ausgabe. Schon lange kein Reklam-Heft mehr gelesen und ja, ich freue mich drauf. Damit haben wir auch schon fast das Ende erreicht. Und zwar möchte ich euch jetzt noch quasi ein neues Buch vorstellen. Und mein aktuelles Werk, was ich lese. Denn es handelt sich hierbei um ein Rezensionsexemplar. Und zwar von dem Werk Kommissare Le Floch und das Geheimnis der Weißmäntel von Jean-Français Parrault aus dem Blessing Verlag. Mir wurde das von dem Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und zwar handelt es sich hier auch um einen Kriminalroman. Und ich mag und ich tauche sehr, sehr gerne in historische Zeiten zurück. Und finde immer noch diese Kombination aus historischen und Kriminalroman sehr, sehr spannend. Mir merkt es umheimlich viel Spaß. Ja, durch alte Städte oder von vergangenen, nicht alte Städte, aber aus vergangener Zeit durch die Städte zu wandeln mit dem Kommissar. Beziehungsweise oder den Ermittler, je nachdem. Und ja, wenn ich das Buch dann zu Ende gelesen habe, werde ich euch natürlich meine Meinung nicht vorenthalten. Das waren nun meine zwölf neuen Bücher in den Monaten Oktober, November, Dezember. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr dazu und mein Sub fängt nicht noch an zu explodieren. Auch wenn ich mir immer Mühe gebe, mein Sub endlich mal irgendwie Herr der Lage zu werden. Aber irgendwie schaffe ich das nie. Sei es wie es sei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer über einen Kommentar freuen. Und vielleicht habt ihr auch schon eine Empfehlung für mich. Vielleicht habt ihr eins der Werke schon gelesen. Oder vielleicht möchtet ihr auch gerne ein Werk aus Siebenstabe mit mir zusammenlesen. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Lesen. Und ja, bis dahin. Tschüss! Tschüss!